und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die in darkness falls wo leute hier ist der danger seeker schön dass ihr einschaltet das freut mich wir haben heute was besonderes vor eine stufe 5 quest und zwar jetzt kann ich den nun mal suchen das ging das letzte mal noch nicht so ich habe schon doch ein bisschen schüsse sollen der lieferung zurückholen das wird wahrscheinlich ein großes gebäude sein und da die lieferung zu finden mahlzeit wenn man die quest lieber gewesen aber gut und man sich ja nicht aussuchen sollen die lieferung zurückbringen das machen wir und natürlich versuchen den main loot abzustauben genügend platz im inventar sollte jetzt wieder drin sein wenn ich nicht so viel scheiße unterwegs mitnehmen sollte es auch gehen haben wir was uns erwartet und ich hoffe das schaffen wir in einer folge ansonsten mache ich daraus zwei oh hey wo that parachute insurance immer noch oh shit so da ist das gebäude schon von beiden oh gott oh gott oh gott und wie komme ich dahin ich stecke fest das gibt es doch nicht hier das ist ja früh am morgen versuchen wir erst mal mit dem bayer sie das geht ja gut los die vorräte sind im keller das geht ja gut los was ich sagen wollte bevor ich so rüde unterbrochen wurde vorräte befinden sich in einem keller oh oh hier sind wir auch noch wo geht denn alle her na killen müssen wir ja nicht alle das ist gar nicht die aufgabe wollte auch kein müll mitnehmen erst mal hier oben da geht es nicht weiter aber auch nicht also müssen wir runter okay und anscheinend sollen wir unten bleiben oh echt viel säure dann geht es hier weiter oh wow So einen Muni-Haufen hin. Sorry. Oh oh. Ich habe keine Granaten mit. So ein Scheiß. Das war kein Weg, den ich. Geht jetzt von hier weiter? Muss sogar noch Kiefer gehen. Äh! Oh! 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 Ah. Oh! Oh! Missed! Ow! Oh! Oh! Shit! Ooh! Eine. Oh! 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 Oh, die nehmen wir mit. Oh, die nehmen wir mit. Oh, die nehmen wir mit. Oh, hier ist der Mainroute. Oh, die nehmen wir mit. 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 Oh, sorry Leute. Musst du mal einen Schluck trinken? Oh, die nehmen wir mit. 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 Oh, hier geht's raus. Oh, shit. So, geschafft, Leute. Und tschüss. Maidenloot abgestaubt. Und die Lieferung. Mehr wollen wir gar nicht. Wunderbar. Schon wieder. Was ist denn die kaputte Schranke? Hä? Ach ja, wurde ja resettet. Lull. Dammit. Shit. Au. Wupps. So. Goodie, goodie. Haben wir das geschafft, liebe Leute. Okay. So. und wir holen uns auf jeden fall jetzt noch zusammen die belohnung ab ich hoffe das wird mehr als nur ein apfelkuchen oder so eine scheiße dann schon mal meine rüstung im einmal ist warte ich mehr als ein apfelkuchen oder so ein tomatensäft habe ich selber eine cold sniper ja gerne 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 oh ja die machen wir in der nächsten folge ich liebe stufe 5 quest leute das war's für diese folge vielen dank fürs zuschauen falls euch die folge gefallen hat würde ich mich natürlich über ein like freuen über einen kommentar oder über ein abo dann sehen wir uns zum nächsten mal wieder bis dahin war's gut leute ciao